Wo sehen Sie denn die Firma Optimes in zehn Jahren? Also ich sehe die Firma Optimes in zehn Jahren als Hersteller von Geräten für Industrie für Null, für das Internet der Dinge, für Internet of Anything. Wir werden kleine, mittelgroße und große Geräte bauen, angefangen von echten Messgeräten bis runter zu Überwachungssystemen, die vielleicht einfach nur eine Temperatur überwachen, irgendwo einen Wasserstand ablesen und die Daten alle zentralisiert im Internet lagern.